Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Freunde, das Halfing ist vorüber. Happy Halfing, anders kann man es nicht sagen. Für viele ist es das erste Mal und für viele wiederum ist es das zweite Mal. Für mich ist es das dritte Mal. Aber es ist immer wieder, immer wieder, wenn sowas passiert, eine sehr, sehr spannende Sache. Denn mittlerweile ist es dann doch so, dass die Mining-Belohnungen, dass die Rewards pro erfolgreich gemeinten Block über die Miner jetzt nicht 6,25 Bitcoins beträgt, sondern 3,125 ist genau so, wie werden man dein Gehalt jetzt von heute auf morgen einfach mal um die Hälfte kappt. Dann stellst du dir zu Recht die Frage, ob du überhaupt noch weiterarbeiten sollst. Denn genau das ist auch immer das gewesen, was bei jedem, ja, bei jeder Bitcoin-Halfing-Season passiert ist. Die Miner haben sich zu Recht die Frage gestellt, ob das Ganze noch rentabel ist. Oder man spricht hier auch von Miner-Kapitulation, dazu gibt es auch eine Grafik. Aber in der Regel war das immer der Fall. Bitcoin-Halfing durch, Miner verdienen die Hälfte. Miner stellt sich zu Recht die Frage, ob er das Ganze machen soll. Sagt, ich verkaufe alles. Und das Ganze war oder ist und symbolisiert eine Miner-Kapitulation. Die Hashrate sinkt natürlich. Und während die Hashrate sinkt, sinkt auch der Preis, weil das Ganze eine Kettenreaktion in sich freisetzt. Schmetterlings-Effekt und der ganze Markt gedammt wird. Und letztlich viele Leute, die davon ausgegangen sind, dass Bitcoin nach jedem Halfing steigt, dass die auch bestraft worden sind. Aber ich meine, was haben wir hier auf diesem Kanal gesagt? In den letzten drei Videos immer wieder erwähnt. Ich bin der Meinung, wenn 99% der Marktteilnehmer da draußen der Meinung sind, dass Bitcoin nach einem Halfing sinken wird, bin ich da und sage, nee, auf keinen Fall. Denn ich sehe das Ganze anders. Es ist tatsächlich auch mittlerweile andere Zeiten. Ich meine ja nur, wir haben das Halfing durch. Und es ist genau das passiert, was wir hier auf diesem Kanal behandelt haben. Ich habe gesagt, die Gasfees schießen nach oben, weil das Rune-Protokoll live geht. Und durch die Gasfees werden die Miner erstmal nicht kapitulieren, weil sie einfach jetzt gerade nach dem Halfing das Doppelte, Dreifache verdienen als vor dem Halfing. Und das kann eine richtig heftige Kettenreaktion in sich freisetzen. Schauen wir uns das hier mal an. Das sind aktuell die jetzigen Miner-Fees, die aktuell bezahlt werden. Wir haben es gesehen, innerhalb des heutigen Nachtes haben wir einen enormen Anstieg der Fees gesehen. Von insgesamt, wie viel ist das hier? Moment. Von insgesamt 82, 100, also unter 100 Satuschis ist das Ganze angestiegen auf über 2.910 Satuschis. Das bedeutet, selbst wenn die Miner keinen Block finden, konnten sie dennoch das Fünffache, das Sechsfache an Fees verdienen. Und das hat dazu geführt, dass die Miner nicht abgesprungen sind. Das ist das hier. Die Hashrate eben nicht abgefallen sind. Die Miner eben nicht kapituliert sind. Das ist nämlich der Hash-Ribbon-Indicator. Und das müssen wir uns anschauen. Und das zeigt eigentlich immer am besten Beispiel, ob die Miner gerade am Abspringen und Kapitulieren sind oder nicht. Wir befähigen uns immer noch in einem sehr, sehr guten, intakten Zustand. Wenn sogar auch viel profitabler als davor. Und das ist für mich eine super Sache, haben wir hier auf dem Kanal häufiger gesagt. Sorry Freunde, diesen Flex, den lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Denn das ist genau das, was wichtig ist, um einfach diesen weiten Blick hier auf dem Kanal auch zu haben. Schießen die Fees gerade in die Höhe. Das liegt aber nicht oder hängt damit nicht zusammen, dass gerade Bitcoin so interessant ist. Sondern das hängt damit zusammen, dass jetzt schlussendlich auch Rune-Protokoll live gegangen ist. Es ist, by the way, kein Coin. Den kann man nicht kaufen. Es ist ein Token-Standard. Diese Mints, diese Satushis, die im Rune-Protokoll-Standard gemintet werden, die kann man durchaus kaufen. Und es laufen hier gerade alle, alle Mintings sowas von heiß. Die Leute sind gerade bereit, mehr als 200 Dollar Transaktionsfees zu bezahlen. Nur damit sie so einen Token, wo man überhaupt nicht weiß, ob sie wertvoll sein werden oder nicht, finden können. Und genau das ist der Hype, der gerade jetzt passiert. Er ist echt. Er ist real. Und verbrenn dir bloß nicht die Finger. Denn all das sind jetzt FOMO-Käufe, die passiert sind. Denn schaut euch oder schauen wir uns mal diese Grafik hierzu mal an. Das ist die Ordinal's Marketplace-Grafik. Es zeigt eigentlich im Grunde, wie dieser ganze Hype hier soweit zustande gekommen ist. Wir haben anfangs gesehen, hier oben, dass auch mit dem Start von BRC20, by the way, Rune-Protokoll, ist besser als BRC20. Viel besser, um Längen besser. Und schon beim BRC20-Hype haben wir gesehen, dass Bitcoin ordentlich an die Grenzen getrieben worden ist. Hier haben wir den Hype gesehen mit dem Beginn. Und dann haben wir eine langsame Abflachung der Performance gesehen. Der Markt schien so zu sein, als würde sie sich gar nicht mehr für BRC20 interessieren. Und dann kamen die ganzen Retailer, dann kamen die ganzen Börsen und das Ding ist hier eingekracht wie eine Bombe. Und das ist tatsächlich so ein bisschen auch mein Patch, den ich jetzt gerade versuche. Ich halte die Füße flach, die Beine still, wie man es auch nennen mag. Denn ich will definitiv auch ein Teil des Runes-Protokolls sein, indem ich selber auch Coins, Minte oder Prägungen, Satoshis-Minte, wie man das Ganze benennt, weiß ich noch nicht so richtig, bin ich ehrlich. Es sind keine Coins, es sind aber auch keine hauptsächlichen Mints. Es sind Satoshis, die wiederum nicht, aber ganz, ganz kompliziert. Aber trotzdem will ich ein Teil dessen sein. Und ich warte auf den Moment, wo jetzt diese Abkühlung hinzukommt. Die Abkühlung wird der beste Ort für mich sein, weil einfach alle jetzt gerade viel zu teuer einkaufen, alle gerade super Hype sind. Und dann auch irgendwann mal werden sie verkaufen müssen. Ganz einfach, wenn der Markt so in sich wieder langsam abkühlt. Denn umso länger ich hier im Crypto-Space unterwegs bin, umso eher kann ich Hypes erkennen. Und gerade passiert das hier. Und es hat wirklich damit zu tun, dass das einen Meilenstein für Bitcoin symbolisiert. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr weiter großer Schritt. Und man kann auch sagen, ein kleiner Schritt für Rudermores, ein großer Schritt für die Bitcoin- und Crypto-Community. Und genau das ist tatsächlich ein sehr, sehr positives Zeichen. Bitcoin ist nicht so abgekackt, wie viele es eigentlich vorweg prediktet haben. Dennoch bewegen wir uns in einer Season, wo das ganze Kapital hinüber zu Bitcoin fließt. Und wir haben auch eine bessere Performance über das Fear and Greed Index auch gesehen. Das bedeutet, der Markt ist mittlerweile gierig, was man eigentlich nicht vorweg so sagen konnte. Denn normalerweise war immer der Markt ängstlich, weil der Dump dann mit dem Halving auch eingeleitet worden ist. Aber wir haben jetzt in der Seite der Entstehungsgeschichte von Krypto bzw. Bitcoin insgesamt vier Halvings jetzt gesehen. Und du warst mit einem dieser Halvings dabei, wenn auch dem dritten, dem zweiten oder vielleicht sogar dem ersten bei mir. Ich bin hier zu dieser Zeit eingestiegen und habe mittlerweile jetzt das dritte Halving miterlebt. Das ist auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Die Hashrate, wo viele Leute schon bereits spekuliert haben, dass das Ding so einkrachen wird, hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Wir bewegen uns immer noch in einem sehr, sehr guten Zustand hier oben. Denn viele waren der Meinung, dass das Ding jetzt komplett nach unten reißen wird. Das haben wir in den letzten Halvings gesehen. Ich meine, wir haben hier Mai, 11. Mai 2020. Wo ist denn hier der 11. Mai 2020? Das war hier, glaube ich, ne? Ne, da, Mai, April. Hier, seht ihr das? Ne, das könnt ihr nicht sehen. So, seht ihr das? Hier, da unten. Orange ist die Hashrate. Und mit dem Halving ist die Hashrate runtergesaust. Und alle Miner haben hier an dieser Stelle kapituliert. Und werden vielleicht mit einer Woche Verzögerung. Aber dennoch sieht das Ganze für mich erstmal soweit okay aus. Die Miner sind und verdienen jetzt aktuell, ja, nur noch die Hälfte von dem, was sie vorher verdient haben. Und, ja, hier können wir nochmal grafisch die einzelnen Halvix und die einzelnen Rewards zu einem erfolgreich gemeinten Block sehen. Und mittlerweile ist das Ganze jetzt in einem sehr, sehr guten Zustand. Wenn auch die Miner nicht mehr so viel verdienen. Trotzdem, auch den Hash-Ribbon-Indicator sollten wir uns immer beobachten. Denn das gibt eigentlich das beste Signal, ob die Miner kapitulieren oder nicht. Und für mich wird sich jetzt eine Sache herauskristallisieren. Ich möchte nach wie vor hier Teil dessen sein. Aktuell bin ich aber nicht bereit. Und dazu bin ich aber auch zu gierig, dass ich auf keinen Fall, auf keinen Fall möchte, dass ich 200 Dollar für eine jämmerliche Transaktion ausgeben würde. Das heißt, ich müsste von meiner Haupt-Wallet, ja, x Bitcoins verschicken, zahle dort nochmal 200. Und dann muss ich es nochmal minuten, ja, das dauert auch nochmal super lange. Und das sehe ich halt nicht ein, 400 Dollar zu bezahlen. Da warte ich lieber und halte die Füße still für die Leute auch da draußen. Ich möchte natürlich nicht, dass ihr alle in Panik oder in FOMO gerät. Denn FOMO ist dein schlimmster Feind. Und das ist der beste Weg, um Geld zu verbrennen. Aber trotzdem laufen hier gerade alle Mintings heiß. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich auch genau dieser Markt hier abkühlen wird. Und er wird sich abkühlen. Das ist so sicher wie die Steuer in Deutschland. Das wird sich abkühlen. Spätestens dann werde ich auch hier einsteigen und auch hier meine Sachen soweit kaufen. Aber aktuell scheint es so zu sein, als würde es nicht aufhören, dass die Fees hier echt explodieren. Und wisst ihr, Freunde, und genau das, was wir hier auf dem Kanal auch gesagt haben, ist so eingetreten. Wir haben gesagt, die Bitcoin-Transaktionsfees werden zum Start von Woon-Protokoll explodieren. Und genau das ist passiert. Von insgesamt unter 100 Satoshi haben wir hier eine Explosion auf 2.900 Satoshi pro Transaktion gesehen. Das entspricht ca. 300 Dollar, 200 bis 300 Dollar. Und es sieht so aus, als würden die Gebühren, die Transaktionsfees weiterhin steigen. 90% der Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass Bitcoin sinken wird. Wir haben hier auf dem Kanal immer wieder gesagt, dass die Leute eben, dass der Bitcoin-Preis nicht sinken wird, weil die Transaktionsfees nach oben steigen. Die Miner, die verdienen zwar gefunden im Block jetzt die Hälfte an Bitcoins. Aber durch die hohen Transaktionsgebühren müssen die Miner keine Blocks mehr finden, sondern nur noch Transaktionen validieren. Und alleine da gewinnen sie schon fünfmal mehr an Revenues als noch vor dem Halfing. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch wiederum die Hashrate nicht absinkt, wo 90% der Marktteilnehmer davon ausgegangen sind, dass genau das passiert. Und was passiert jetzt mit den Leuten, die mit den 90% da draußen, die auf Stablecoins übergegangen sind, die ihre Assets rausgezogen haben, liquidiert haben, um vielleicht günstiger einzukaufen. Sie werden alle nochmal zurückkommen und Bitcoin für teuer Geld zurückkaufen wollen, weil eben diese These, die 90% auf dem Markt hatten, sich nicht für wahr eben auch bestätigt worden ist. Und wenn sie jetzt sehen, und leider ist der Markt so dumm genug, wenn sie sehen, dass Bitcoin immer weiter steigt, werden sie nach und nach immer wieder hier einsteigen und werden nach und nach hier, das ist tatsächlich heute Morgen, das war ab hier, ab hier war das Halfing, Bitcoin-Preis gestiegen. Wie gesagt, wenn das Ding noch weiter nach oben schießen sollte, wenn vielleicht in den nächsten Tagen das letzte All-Time-High vielleicht geknackt werden sollte, spätestens ab diesem Punkt werden sie alle, alle wieder zurückkommen und werden für teuer Geld Bitcoin kaufen. Und ich meine ja nur, und das ist wiederum, jetzt spinnen wir das mal ein bisschen weiter. Die Börsen sind sowieso am strugglen. Sie haben eh nicht mehr so viel Bitcoin. Was passiert, wenn ein Riesenansturm auf die ganzen Börsen einhergehen und den Börsen oder die ersten kleineren Börsen melden, dass sie keine Bitcoins mehr haben? Und sowieso, sagen so viele Analysten aktuell oder vor Monaten sogar schon, haben davor gewarnt, dass es eine Art Angebotsschock geben könnte, weil die Börsen von Woche zu Woche immer weniger Bitcoins auf ihren Börsen haben. Die Leute gehen immer mehr hinüber zu Self-Custodien und bewahren ihre Bitcoins selber mittels Ledger ebenfalls auch auf. Das ist der hier, solltet ihr euch unbedingt zulegen. Aber in diesem Fall sehe ich viele, viele Signale gerade auf Positiv für Bitcoin, auf Positiv für uns und natürlich auch hier für diesen Kanal. Und zu guter Letzt möchte ich auch nochmal einen Grund nennen, warum ihr mich abonnieren solltet. Denn ich habe die Lernbereitschaft, auch für Krypto immer wieder up-to-date zu sein, immer auf dem neuesten Stand zu sein und natürlich neue Themenbereiche, die aktuell passieren, die sehr, sehr nah an der Puls der Zeit auch liegen, hier auf dem Kanal zuallererst wissen würdest. Deswegen gilt auch hier, ein Abo ist hier auf jeden Fall nicht zu viel verlangt. Dann verpasst ihr auch in Zukunft nie neue Themen. Denn auch für Krypto, wir bewegen uns in einem hoch innovativen Markt und Space und es gibt immer wieder neue Errungenschaften, auch im Bereich von Krypto. Und wenn sowas passiert, bin ich meistens immer sehr, sehr eng da dran und auch einer der Ersten, der über solche Themen auch Bescheid weiß. Deswegen an dieser Stelle würde mich wie immer supporten. Wenn nicht, ist auch okay. Also Hauptsache, ihr schaut euch die Videos an. Und ich wünsche euch allen jetzt ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.